Starten wir es an. Einen wunderschönen. Hallo zusammen, hier sind die lustigen Zauberer, die aussätzigen Listigen. Und wir haben jetzt so viel Kaffee gesoffen, dass wir überdosiert sind und wir wollen euch heute mal ein Beispiel bringen. Wir wollen mal ein bisschen was Kulturelles machen, nämlich eine Lesung. Und heute mit dem Franz und dem Benedikt. Ich habe eine ISBN-Nummer, ich sage mal die ISBN-Nummer von meinem Buch. Okay, ich habe die dritte Auflage. Ich habe hier die ISBN-Nummer, 978-3406-702-129. Das Ding hat 1.170 Seiten Größenordnung und kostet bestimmt eine Stelle weniger. Da kannst du einen Komma rüberschieben, mindestens 100 Euro schätze ich. Und wir haben jetzt hier eine Rechtsanwaltskanzlei eingebrochen und das Zeug hier erbeutet. Und wir lesen euch jetzt mal heute was vor, mit was wir uns so jeden Tag beschäftigen und was ihr nie hören wollt. Genau, und ich habe nur zur Vollständigkeit, ich habe eine andere ISBN-Nummer, das ist auch ein anderes Buch. Lohnt sich aber auch, also es sind schon einige Seiten. Die ISBN-Nummer sind, warte mal, ich habe jetzt 3198 Seiten plus ein paar mehr. Die ISBN-Nummer ist die 978-380-05-1557-8. Ruf mich an. Ruf mich an. Bei mir steht 159 Euro, also das war fast richtig. Das ist, warte mal. Aber das hält sich natürlich, teilt sich auf, weil geschrieben haben das hauptsächlich der Jürgen und der Benedikt und dann war beteiligt Matthias, Matthias, Franziska, Benedikt, Johannes, Alexander, Jürgen, Tobias, Silke, Manuel, Jürgen, Frank, Thomas, Johannes, Christian, Kim, Sophie. Marie-Therese, Thilo, den Thilo kenne ich, den kennen viele, also der Datenschutz-Thilo war auch dabei, mal gucken, vielleicht treffe ich den mal und frage den mal, wie viel er von den 159 Euro sieht. Robertus. So, was liest du uns lieber, Jürgen, heute vor? Mal so ein bisschen Grundlagen schaffen und ich fasse mich kurz, die ganzen Begründungen, Ausführungen, um das verstehen zu wollen, lasse ich weg. Den Prosa-Juristischen Text. Den Prosa-Juristischen Text. Und dann die Erklärung. Genau, das ist § 96 Verkehrsdaten. 1. Der Diensteanbieter darf folgende Verkehrsdaten erheben, soweit dies für die in diesem Abschnitt genannten Zwecke erforderlich ist. 1. Die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse oder die Endeinrichtung mit personenbezogene Berechtigungskennungen. Bei Verwendung von Kundenkarten auch die Kartennummer, bei mobilen Anschlüssen auch die Standortdaten. 2. Den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgelte davon abhängen, die übermittelten Datenmengen. 3. Den vom Nutzer in Anspruch genommenen Telekommunikationsdienst. 4. Die Endpunkte von festgehaltenen Verbindungen, ihren Beginn und ihr Ende nach Datum und Uhrzeit und, soweit die Entgelte davon abhängen, die übermittelten Datenmengen. 5. Sonstige zum Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Telekommunikation sowie zur Entgeltabrechnung notwendigen Verkehrsdaten. 5. Diese Verkehrsdaten dürfen nur verwendet werden, soweit dies für den in Satz 1 genannten oder durch andere gesetzliche Vorschriften begründeten Zwecke oder zum Aufbau weiterer Verbindungen erforderlich ist. Mach mal einen kurzen Break. Weißt du Satz 1 noch? Du hast ihn gerade vorgelesen. Lies die Nummer vor. Die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse oder der Endeinrichtung, personbezogene Berechtigungskennung bei Verwendung von Kundenkarten auch die Kundenkartennummer, bei mobilen Anschlüssen auch die Standortdaten. Punkt. So, jetzt darfst du weiterlesen. 5. Sonst warst du. 5. Sonst bin ich raus. Das ist jetzt praktisch die Erläuterung zu allem. Ach so, die Erläuterung zu allem und überhaupt. Genau. Und habt ihr garantiert schon erraten, ihr kennt dieses Buch, das nennt sich TKG. Genau. Das ist glaube ich so eine Detektivgeschichte. TKG ist drei Herren und zwar heißen die Telekommunikation und Gesetz. Gesetz, genau. Telekommunikationsgesetz. Demnächst E-Privacy-Richtlinie, da wird das dann neu gefasst. Ich habe aber auch was Kurzes. Ja. Ich habe hier das Buch DS-GVO. Das ist die richtige Schriftweise. Also DS-GVO kann man auch mit Bindestrichen schreiben. Im Deutschen. Datenschutzgrundverordnung. Und ich lese jetzt erstmal aus dem Kommentar. Hier geht es um den Artikel 41, denn jeder ad hoc weiß. Nee, hier geht es um den 40. Weil ich, das ist hier Seitenverweise, ist ein dickes Buch. Und da steht jetzt ganz einfach, für jedermann verständlich, C Punkt, das ist also eine dritte Überschrift, DS-GVO und nationales Recht. § 38a BDSG wird durch Artikel 40,41 überflüssig. Das sagt alles, oder? Das ist doch immer schön. Das ist jedermanns Sache. Jetzt gucke ich mal nach, was ist denn der 40er? So fit bin ich da noch nicht. Der 40er lautet, tun wir uns den jetzt an. Oh, da ist eine halbe Seite Literaturverweise, wo der 40er überall zitiert wird. So, Verhaltensregeln. Ah, es geht um die Verhaltensregeln. Nee, der ist zu einfach. Ich nehme doch lieber den 41. Und zwar Artikel 41 befasst sich mit der Überwachung der genehmigten Verhaltensregeln. Was verbirgt sich wohl dahinter? Ich könnte es jetzt erklären, aber ich gebe euch einfach mal den Text um die Ohren. Absatz 1 Die anderen Absätze auch noch? Geben wir uns die? Absatz 2 Eine Stelle gemäß Absatz 1, habt ihr gerade gehört, wiederhole ich jetzt nicht, kann zum Zweck der Überwachung der Einhaltung von Verhaltensregeln akkreditiert werden, wenn sie A Ihre Unabhängigkeit und ihr Fachwissen hinsichtlich des Gegenstandes der Verhaltensregeln zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat. Kann man glaube ich verstehen. B Verfahren festgelegt hat, die es ihr ermöglichen zu bewerten, ob Verantwortliche und Auftragsverarbeiter die Verhaltensregeln anwenden können, die Einhaltung der Verhaltensregeln durch die Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter zu überwachen und die Anwendung der Verhaltensregeln regelmäßig zu überprüfen. Zweites Kriterium. Immer oder. Also man kann, wenn man eins von denen erfüllt. Oder c. Verfahren und Struktur festgelegt hat, mit denen sie Beschwerden über Verletzungen der Verhaltensregeln oder über die Art und Weise, in der die Verhaltensregeln von dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter angewendet werden oder wurden, nachgeht. Und diese Verfahren und Strukturen für betroffene Personen und die Öffentlichkeit transparent macht. Steht aber nicht drin. Einfach. Also nur transparent. So wie ich jetzt vorließe. Dann gibt es noch ein D. Also der vierte Punkt. Zur Zufriedenheit der zuständigen Aufsichtsbehörde nachgewiesen hat, dass ihre Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenskonflikt führen. Ach nee, das sind alles Unverknüpfungen, lese ich aus dem letzten Satz. Aber man kann jetzt auch weitergehen zum Absatz 3. Die zuständige Aufsichtsbehörde übermittelt den Entwurf der Kriterien für die Akkreditierung einer Stelle nach Absatz 1 gemäß dem Kohärenzverfahren nach Artikel 63 an den Ausschuss. Wollt ihr jetzt wissen, was dazu der Kommentator sagt zu dem Absatz 3? Nee, nee, nee. Die Entstehungsgeschichte wäre auch gut. Also was mir immer wieder auffällt bei sowas, also das sind mal zwei Sachen grundsätzlich. Also das hat schon ein bisschen was vom Einschlafen-Podcast. Müssen wir nur leiser werden. Und Jura-Studium tut anstrengend. Tut ist schmerzhaft. Da gibt es doch auch ein CEE über Jura-Studium. Also den muss man sich anhören und dann muss man sich das hier anhören und dann muss man sich überlegen, tut man sich das an? Und manche schaffen das nicht unbeschadet und die werden dann abmahnen Anwälte und denken, ich muss das Geld auch einfacher verdienen können. Aber die Entstehungsgeschichte, ich finde es gut, römisch drittens die Entstehungsgeschichte. Artikel 44 Satz 1 ist in seiner endgültigen Form bereits von der Kommission eingefügt worden. Ist das Geschichtsforschung in dem Kommentar? Nachfolgend wurde der gesamte Artikel im Ratsentwurf überraschend in Gänze gestrichen, was vermutlich von der Überzeugung her rührte, dass Artikel 44 ohne gesonderten Regelungsinhalt sei. Erst in den Trialogverhandlungen wurde der Artikel 44 wieder eingeführt und mit Satz 2 ergänzt. Also was ist ja, also einfach mal eine Anlage. Schon spannend, weil ich habe das mitgekriegt. Ich erinnere mich. Dass dieses geschichtliche Entstehen praktisch festgehalten ist, finde ich schon sehr spannend, weil dadurch natürlich auch Motivationen klar werden. Weil wenn man nachher nur den Text liest, werden ja die Motivationen, wie ist es dazu gekommen, wie hat sich das entwickelt, da ist was gestrichen worden, später wieder eingefügt worden, weil es zum Verständnis beigetragen hat. Das finde ich unwahrscheinlich wichtig. Also es kann mitunter auch spannend sein, wenn man jetzt mal gar nichts anderes mit sich anzufangen weiß, mal in so Gesetzesdingern reinzugucken, wenn diese Bücher nicht so scheißteuer wären. Also es ist keine einfache Lektüre, weil ich hätte hier noch was. Wäre es für die Durchsetzung der DSGVO, für den Verantwortlichen erforderlich identifizierende Daten über die betroffene Person zu erheben, so sollte Verantwortliche zu dieser Erhebung nicht verpflichtet sein. In Klammern Absatz 1. Er hat aber einen Betroffenen, der sein Recht geltend macht, über diesen Umstand zu unterrichten, sodass dem die Möglichkeit eröffnet wird, Angaben zur Identifikation bereitzustellen. Absatz 2. Rat mal, für welchen Artikel das gilt? Du weißt es, garantiert ist der Elfer. Ich bin hier gerade am Stöbern und stolpere beim TKG über Standortdaten. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Kennt wahrscheinlich jeder. Ja, sicher. Also 11 war die Verarbeitung für eine Identifizierung der betroffenen Person, Verarbeitung, für die eine Identifizierung der betroffenen Person nicht erforderlich ist. Also wenn man nicht wissen muss, wer das ist. Beispielsweise, wenn ich jetzt über den Ladentisch Ware hergebe, muss ich nicht wissen, wer das ist, der mir das Geld gibt. Wäre so ein Beispiel. Ja, zum Beispiel. Und die Regelung behandelt eine Konfliktlage zwischen betroffenen Rechten und Datensparsamkeit und entscheidet sich dafür, zur Durchsetzung der DSGVO so weit wie möglich und vertretbar auf zusätzliche Datenerhebungen zu verzichten. Ein Verantwortlicher sollte personenbezogene Daten nicht allein zu dem Zweck speichern, auf mögliche Auskunftsersuchen reagieren zu können. Finde ich wichtig, argumentiere ich aber immer anders. Ich sage zu den Leuten, also bitte, wenn ihr schon jemandem Auskunft gebt, dann nicht noch sammeln, wem ihr Auskunft gebt, weil das widerspricht dem Geiste des Datenschutzes. Weil wenn ihr die Leute, die ihre Rechte wahrnehmt, nochmal in die Datei schreibt, böse Idee, schlechte Idee, nicht gut. Wäre jetzt ein Verstoß unter anderem gegen Artikel 11 Datenschutzgrundverordnung. Gar nicht so dumm, das Werk. Aber wir erklären schon wieder, wir wollten doch einfach nur lesen. Genau. Bereichspezifischer Datenschutz, Paragraf 78c SGB 10. Also SGB 10 wird Siegfried Bertha Gustav, Leerzeichen X, also wie bei Apple mit dem Mac OS X, wird auch das SGB mit römischen Ziffern bezeichnet. Deswegen kennt sich jeder aus, SGB 10, ganz logisch. Ausführungen in, was heißt in einem Pfeil, R-N, achso, in Randnummer 37 gelten für Paragraf 78c SGB 10 entsprechend. 37 ist, nachdem der Bundesgesetzgeber seinem eigenen Auftrag aus Paragraf 9a BDSG, weiß auch jeder, was gemeint ist, eingesetzt zum Datenschutzaudit zu verabschieden, seit dem Jahr 2001 nicht nachgekommen ist, verfolge ich auch seitdem, beschränkt sich der Anpassungsbedarf im BDSG auf die Streichung des Paragrafen 9a BDSG, da ein Datenschutzaudit nur für die nicht von der DSGVO erfassten Bereich nicht sinnvoll erscheint. Der BDSG-Referentenentwurf sieht entsprechend, abgesehen von der Festlegung der Akkreditierungsstellen, haben wir vorhin vorgelesen, keine Regelung zur Zertifizierung vor. Das stammt noch, also der Kommentar wurde geschrieben, da gab es noch den Referentenentwurf, noch nicht den finalen Text, also das Werk ist klar, 1200 Seiten, zwei Jahre ist das Ding alt, da haben die losgelegt, da war noch nichts vom BDSG zu sehen. Quorum bei der Geschäftsordnung Absatz 1 Der Ausschuss ist verpflichtet, sich mit qualifizierter Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder eine Geschäftsordnung zu geben. Darin kann er Einzelheiten seiner Arbeitsweise im Rahmen der Verordnung festlegen. Hierzu zählt zum Beispiel die Aufteilung der Aufgaben zwischen dem Vorsitzenden und den Stellvertretern. Hinweis auf Artikel 74 Absatz 2 Die Vorbereitung der Sitzungen des Ausschusses durch spezielle Arbeitskreise, deren Bedeutung gegenüber der Artikel 29 Datenschutzgruppe, Fußnote 6, noch zunehmen dürfte. Fristen für die Einreichung von Sitzungsunterlagen, Fußnote 7 Die Anmeldung von Tagesordnungspunkten, Artikel 74 Absatz 1 Literatur A, Fragen der Beschlussfähigkeit der Protokollführung des schriftlichen oder elektronischen Abstimmungsverfahrens und Einzelheiten der Vertraulichkeit der Abschlussberatungen. Fußnote 7 war Artikel 7 Absatz 4 der Geschäftsordnung der Artikel 29 Datenschutzgruppe, sieht hierfür eine Mindestfrist von zwei Wochen vor. Ich sehe schon, wie war er nochmal heute dein Pseudonym? Benedikt? Ne, ich weiß nicht mehr genau. Moment, ich gucke nach. Benedikt, ja. Benedikt, ne. Der Benedikt. Ich sitze hier, lehne mich zurück und denke, das hat sowas kafkareskes, so weihnachtsmäßiges, weil du sitzt echt da wie der, der die Weihnachtsgeschichte erzählt. Ich glaube, wir müssen uns da mal was überlegen, zu Weihnachten machen wir sowas mal. Mit seiner Orientierung am Verwendungszweck. Ergänzt der Grundsatz des Artikel 5 Absatz 1, was heißt denn Lit Literatur, klein c, keine Ahnung, den Grundsatz der Zweckbindung nach Artikel 5 Absatz 1 Lit B, Klammer auf, Pfeil rn.20ff, also Randnummer 20, fortfolgende. Oh Gott, das geht ja hier 100 Seiten, genau, 150 Seiten zurückgewiesen. Er stellt sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten durch den festgelegten Zweck begrenzt wird. Umgekehrt ergänzt der Grundsatz der Zweckbindung den Grundsatz der Datenminimierung dadurch, dass er normative Aussagen zur Zweckfestlegung und Zweckänderung trifft und damit sicherstellt, dass der Zweck, der den maßgeblichen Orientierungspunkt in Artikel 5 Absatz 1 darstellt, ich habe jetzt das Zwischenkursive mit Literatur weggelassen, auf bestimmte Weise fixiert ist und nicht beliebig gewählt und geändert werden kann. Weißt du, was mich erschreckt? Ich verstehe das alles und ich arbeite jeden Tag damit, das macht mich jetzt schon nachträglich. Sag mal, wenn man sich konzentriert geht, was mich ganz anders bewegt, ist was anderes. Ich bin ja auch schon länger da unterwegs und so und du hast ja viel auch mit Netz zu tun, wir sind ja bei einem großen Telekommunikationsunternehmen ab und zu und da gehst du ja eigentlich immer so von aus, dass Leute, die so mit Telekommunikation zu tun haben, ja auch verpflichtet sind, die entsprechend zu schulen, die müssen Geheimhaltungssachen unterschreiben und so, Fernmeldegeheimnisse und so weiter und so fort und da geht man ja automatisch so vom Kopf her davon aus, naja, so grob wissen die über das Telekommunikationsgesetz Bescheid, grob wissen die vielleicht auch über das Telemediengesetz Bescheid und jetzt habe ich jetzt gerade hier eben dieses Telekommunikationsgesetz mit Kommentar vor mir und ohne Kommentar versteht man ja noch weniger, mit Kommentar geht es dann, wenn man viel Zeit hat und muße. Drei Kilo, oder? Aber das sind locker drei Kilo, das sind, ich hatte es eben ja schon mal gesagt, irgendetwas ein paar tausend Seiten. Ja, ein paar tausend, nicht tausend und noch was. Nee, nee, 3.222 Seiten hat das. Ach, das ist dünneres Papier. Ja, das ist wie eine Bibel. Meins ist hier genauso, leg mal nebeneinander. Meins ist nur, wir vergleichen hier, Penisvergleich, ein Zentimeter dünner. Hat aber nur tausend Seiten, also das Papier ist dreimal so dick und außerdem habe ich die Antwort auf deine Frage. Ich habe gerade aufgeschlagen, es geht hier natürlich um den Artikel 14, ist ja offensichtlich, für den Datenschutz im Telekommunikationsrecht. Bleibt gemäß Artikel 95 die EKDSRL, Datenschutzrichtlinie heißt das hin, EK Einkaufs? Nee, Evangelische Kirche oder Ein-Klaus, wer dabei schlecht ist. Ein-Klaus ist eine Einheit. Die wurde aber EC geschrieben und nicht EK. Artikel 5 die, keine Ahnung, Datenschutzrichtlinie maßgeblich sowie die Regelungen enthält. Artikel 95 Randnummer 10, Artikel 6 Absatz 4, Artikel 9 Absatz 1 Satz 2 und Artikel 12 Absatz 1 EKDSRL sind Pflichten des Diensteanbieters zu aktiven Informationen von Teilnehmern und Nutzern hinsichtlich der Verarbeitung von Verkehrsdaten, Standarddaten und Daten im Teilnehmerfeld. Das haben wir ja gerade mitgekriegt. Was wir eben gerade hatten. Ja, also worauf ich raus will, ist einfach, da geht man natürlich als jemand, der damit zu tun hat. Im Vergleich zur DSRL und zum BDSG. Ich gehe auch davon aus, dass die Leute, die damit wirklich zu tun haben, also wir haben ja mit Technikern auch zu tun, wir diskutieren solche Dinge ja auch. Und mit Juristen. Und mit Juristen, klar. Auch mit Nicht-Datenschutz-Juristen. Aber, nee, worauf ich raus will, ist, du gehst ja zwangsläufig davon aus, naja, das ist doch dein Job, dann auch über sowas wie TKG Bescheid zu wissen als Telekommunikator. Ja, manche wissen, fast alles ist verboten und es muss sicher sein. Ja, das ist schon okay, aber ich sage jetzt mal, selbst wenn wir da reingucken, das Schmunzeln auf den Lippen ist ja nicht nur, weil es halt dicke Bücher sind, sondern Leute, das kann kein Mensch verstehen. Ja, also jetzt nicht in Gänze und nicht vollständig. Hast du jetzt gesagt, ich bin kein Mensch, weil ich gesagt habe, mir sagt das alles was, ich bin ja nicht normal. Ich habe nicht gesagt, dass du es nicht gesagt hast, ich habe dir gesagt, ich sagte Verstehen, Verstehen ist ja nochmal ein bisschen was anderes, zumal das ja jetzt ein Kommentar dazu ist. Ja, da gibt es ja dann auch nochmal zig Kommentare. Ja, das ist schon ein sehr komplexes Thema und da kann man sich über viele Dinge auch sehr trefflich streiten, was ja auch ab und zu mal vorkommt, was wir ja auch praktisch tun. Ja, aber es ist ja klar, Absatz 11 normiert keine obligatorischen Überprüfungspflichten. Ja, das geht schon los. Müssen wir eigentlich alles gar nicht prüfen, den ganzen Mist. Naja, also, worauf ich raus will, ist einfach, das ist echt ein richtig komplexes Thema und wir hatten ja in einer Sendung mal so ganz grob so ein bisschen auch darüber gewettert, was da jetzt eigentlich in der Datenschutzgrundverordnung alles Schlimmes passiert ist, die Welt ist untergegangen und eigentlich alles unverständlich. Man kann es schon auch nachvollziehen, dieses Unverständnis draußen, weil das ist ein wirklich komplexes Thema. Datenschutz ist ein komplexes Thema, Telekommunikation ist ein komplexes Thema. Kommunikation insgesamt ist ein komplexes Thema, nicht nur technisch, sondern eben auch gesetzlich und vorschriftenmäßig und weiß der Teufel was alles. Kernphysik auch. Und Kernphysik auch, ja, aber ich bin ja kein Physiker, jedenfalls kein Kernphysiker. Ich kenne aber mindestens zwei Physiker. Ja, ich kenne auch. Mindestens zwei Podcasts von Physikern. Ein paar Physiker. Grüße an den Nikolas und den Reini. Auch immer interessant, sich mit so Leuten mal zu unterhalten. Und ja, das ist ein Thema, was man schon auch spannend finden muss. In einem Mangel einer gegenteiligen Regelung können die Aufsichtsbehörden für die Zertifizierung stellen, soweit das nationale Recht beziehungsweise ein Vertrag dies vorsieht, Gebühren beziehungsweise Entgelte für die Akkreditierung beziehungsweise Zertifizierung erheben. Dringlichkeitsmaßnahmen, da werden wir jetzt bei dem Thema Angst haben. Die lesen wir jetzt nicht vor, sonst kriegt ihr wieder Angst. Aber es ist schon, schon, ich habe das so oft durchgelesen. Ich finde hier nichts, was ich nicht kenne, das ist schlimm. Aber was wir uns mal wirklich überlegen können, ist tatsächlich mal so die ein oder anderen Highlights im Sinne von, das sind so grundlegende Geschichten, die man vielleicht mal… Das ist echt dünn, das Papier. Ja, das ist die Bibel. Was man sich da mal reintun kann, wirklich mal so eine Serie zu überlegen, mal nur jetzt nicht das ganze Ding zu erklären, sondern wirklich mal so die ganz, ganz wichtigen Sachen. Also das, was wir eben im TKG hatten mit Verkehrsdaten, weil das kommt immer wieder. Oder dann auch Einzelverbindungsnachweise oder solche Dinge, die dann… Oder Auskunftspflichten, Auskunftspflichten 98, glaube ich, ist das. Im Prinzip ist ja Datenschutz dann nur so ein Teil, bewegt sich zwischen 90 und 100 in der Größenordnung oder ein bisschen drüber hinaus. Da ist ja auch der ganze Rest geregelt. Also wenn ich mir gucke hier, alles wo die drüber schimpfen, hier die Preise in der Telekommunikation, da findest du echt was drüber. Ebenso lässt sich die Nebenbedingungen, Paragraf 30 Absatz 5 TKG von 2004 ist gleich Paragraf 31 Absatz 2 Nummer 1 TKG von 2012. Wer wusste das nicht? Mindestens… Was heißt jetzt K-E-L? Keine Ahnung. Bei der Bestimmung des Wiederverkaufspreises mittels der Abschlagsmethode in Klammern Retail-Ansatz nur einhalten. Fußnote 78. Die Gesetzesbegründung weist in diesem Zusammenhang expressiv, expressis verbis, Latein, auf das Konsistenzgebot hin. Klarstellung, Begründung. Hier geht es um die vermeidbaren Kosten, Kosten einer effizienten Leistungsbereitstellung, Vorleistung, Konsistenzgebot und Preis-Cap-Regulierung. Also Regulierungsrecht, Prüfdichte, Netzneutralität, findet man da bestimmt auch was drüber. Also das ist ja noch, da ist die DSGVO ja Bibifax gegen Ex-Post-Regulierung an Paragraf 33 Absatz 4 TKG 2004. Es stellt sich die Frage, ob und wie die Unterwerfung der Entgelte nach Paragraf 18 Teilnehmer, Netzbetreibern ohne beträchtliche Marktmacht auferlegten Zulassungsleistungen unter die Ex-Post-Entregulierung Paragraf 30 Absatz 4 europarechtlich begründet werden kann. Denn einerseits lässt sich Artikel 8 Absatz 3 ZRL als generelles Verbot lesen, Betreibern ohne beträchtliche Marktmacht Verpflichtungen nach Artikel 9 bis 13 ZRL aufzuerlegen. Andererseits lassen sich aber die Spiegelstriche hinter unbeschadet, wobei dieser V.A. der erste Spiegelstrich der Artikel 5 Absatz 1 und 2 und das Artikel 6 Fußnote 73 ZRL interessiert als Ausnahme vom generellen Servotverstehen. Das heißt, in diesen Fällen wäre die Entgeltregelung auch von Teilnehmer, Netzbetreibern ohne beträchtliche Marktmacht zulässig. Ah, jetzt ja. Jetzt kommt es los. Hier verspricht, dass Artikel 5 Absatz 3 ZRL vorsieht, dass die nach Artikel 5 Absatz 1 und 2 auferlegten Verpflichtungen und Bedingungen objektiv, transparent, verhältnismäßig und nicht diskriminierend sein müssen, woraus geschlossen werden kann, dass zur Überprüfung der Einhaltung dieser Anforderung auch Teilnehmer, Netzbetreiber ohne beträchtliche Marktmacht einer gewissen Kontrolle unterstellt werden können. Also mal ganz im Ernst, also ist noch jemand online? Wir haben ja was ausgelobt, wer bis zum Schluss bleibt, kann was gewinnen. Genau. Und zwar wird der Gewinn. Eine Ausgabe. Erkenntnis, Erkenntnis wird er gewinnen. Eine Ausgabe. Und wir werden sagen, wie wir wirklich heißen, für alle, die bis zum Schluss da bleiben. Haben wir das am Anfang gesagt? Nee, das ist ein Traum von mir. Besondere Missbrauchsaufsicht. Missbräuchliches Verhalten eines Unternehmens mit beträchtlicher Marktmacht. Wollen wir das wissen? Ein Anbieter von Telekommunikationsdiensten, von Leistungen nach Paragraf 78, Absatz 2, Nummer 4 und 5. Schlag mal nach, was das ist. Oder von den telekommunikationsgestützten Diensten. Du musst TKG. Hol dir auch ein TKG. Ach. Mit beträchtlicher Marktmacht. Also beträchtliche Marktmacht hat jemand, der Monopolist war und noch über die Hälfte aller Kunden hat. Und ich glaube, so aus der Praxiserfahrung, das will auch keiner haben. Deswegen überlassen Sie es dem, der es bisher hat, weil ansonsten musst du dich mit sowas auseinandersetzen. Interoperabilität von Fernsehgeräten. Ja, ja, klar. Was erwartet jetzt der Techniker? Pahl, Seekam, irgendein Fernsehstandard? Jedes zum Verkauf zur Miete oder anderweitig angebotene analoge Fernsehgerät mit integriertem Bildschirm. Kennst du ein Fernsehgerät ohne integrierten Bildschirm? Ja, mit nicht integrierten Bildschirm. Also du hast einen exkremitierten Bildschirm. Also einen, der draußen ist. Also nochmal, das kommt noch besser, also ich fange nochmal an. Paragraf 48, Interoperabilität von Fernsehgeräten. Es las Benedikt aus dem Telekommunikationsgesetz. Zu seiner Zeit. Jedes zum Verkauf zur Miete oder anderweitig angebotene analoge Fernsehgerät mit integrierten Bildschirmen, dessen sichtbare Diagonale 42 Zentimeter überschreitet. Wie viel soll das denn das? Darfst du mal ausrechnen? Muss mit mindestens einer von einer anerkannten europäischen Normenorganisation angenommenen Schnittstellenpuchse ausgestattet sein, die den Anschluss digitaler Fernsehempfangsgeräte ermöglicht. Das heißt, du darfst analoge Fernseher ohne einen digitalen Anschluss verkaufen, wenn sie über 42 Zentimeter Bildschirmdiagonale haben. Darunter darfst du das. Aber sie müssen einen eingebauten Bildschirm haben. Und eingebauten Bildschirm. Muss eingebaut sein. Also du darfst kein Fernsehergerät haben ohne Bild. Nee, Bausatz kannst du schon verkaufen, so mit Braunscher Röhre im Zweiten. Integriert. Der Bildschirm darf auch im Karton sein? Nee, nee, pass auf. Jedes zum Verkauf zur Miete oder anweitige angebotene digitale Fernseher. Benedikt, ganz kurz, Techniker. Du kennst doch diese Bausatzheftchen, wo dann das Telefon in 24 Bausätzen verkauft wird. Weil das ist ja auch ein Trick, weil als Ganzes darfst du es nicht verkaufen, weil dann müsstest du ja Gerätezulassung haben, als Bausatz schon. Wenn du jetzt ein Fernsehgerät mit mehr wie 42 Zentimeter Diagonale und eben nicht integrierten Bildschirm, sondern du machst in dem einen Heft die Elektronik und den ganzen Grab und im zweiten Heft die Röhre, die Braunscher, die du brauchst, dann ist es kein integrierter Bildschirm. Wie viel sollen sie denn? Rechne ja du mal an. 42, das sind die kleinen Tragbaren, die brauchen es nicht. Alles 42 Zentimeter. Das ist klar. 30 Zentimeter. Ein Mann zeigt hier 42 Zentimeter Bildschirmdiagonale. Ihr müsstet sehen, das waren jetzt 12 Zentimeter. Nee, das hier. 30 Zentimeter. Wollen wir mal, ja. Aber hallo. Aber das Schöne ist, der 48er-Regel auch das umgekehrte. Also ein analoger Bildschirm, kleiner 42, muss Digitalsignale, nee, größer 42, muss Digitalsignale darstellen können. Und umgekehrt, ein digitaler Fernseher, der muss Analogsignale darstellen können. Und da gibt es aber keinen Mindestdurchmesser, sondern der muss die einfach darstellen. Wobei, die keine Zugangsberechtigung erfordern. Bei Mietgeräten gilt es nur, sofern die mietvertraglichen Bestimmungen vom Mieter eingehalten werden. Für was denn jetzt eigentlich? Fernseher? Ja, ich überlege jetzt gerade, warum? Warum fällt Rundfunk unter TKG oder zum digitalen Rundfunk? Ja, Logo. Ganz einfach, Telekommunikationsrecht. Ja, ja, Fernstelekommunikation. Genau, die Telekommunikationsebene, also die Datenübertragung wird da geregelt. Und deswegen, wie kommt das Signal zum Fernseher? Der Fernseher wird da nicht geregelt, aber das überrascht mich jetzt schon. Ach so, weißt du, was das ist? Ich habe viel zu wenig TKG gelesen. Weißt du, was das drin ist? Was das ist? Das ist DVB-T, Alter. Ja, und umgekehrt, also dass alte Fernseher DVB-T-Konten mussten. Was ist denn jetzt mit DVB-T Plus? Tja, ja. Ja, also anerkannte Standard, also das Gesetz funktioniert schon noch. Meinst du, die E-Privacy-Richtlinie sagt sowas auch aus? Wir werden es erfahren. Ich glaube, das TKG wird nicht wirklich vollständig abgelöst. Gebotene Änderung, das ist auch eine schöne Überschrift, da weiß jeder sofort, was jetzt kommt, gebotene Änderung. Ergibt sich nach der Errichtung einer Telekommunikationslinie, ich weiß, was das ist. Ja, am Bauch, links geht es auch. Genau, am dem Rücken rechts. Ja, am dem Rücken rechts herum. Also, Telekommunikationslinien sind Kabel, die meistens im Boden vergraben sind und häufig aus Kupfer sind. Aber auch ein Stück Glas langgezogen ist eine Telekommunikationslinie, sofern man die für Telekommunikation nutzt. Dass sie den Widmungszweck eines Verkehrsweges nicht nur vorübergehend beschränkt. Das heißt, darf man nicht über die Autobahnen querspannen, nur vorübergehend. Und die Vorname, da könnte man jetzt mal diskutieren, wenn hier so Bits und so, gucke ich mir immer an, ist absolut geil. Und da müsste man sowas einwerfen. Also, Timo und Basti und Leo und Alex, wenn ihr da zuhört, das werfen wir da mal ein, weil da ist es genau erklärt. Und zur Unterhalt verordentlich Verkehrswege. Da fällt mir immer ein Telegrafenwegegesetz vom 01.01.1900. Ist aber ersetzt worden durch das, muss aber auch irgendwo geregelt sein. Der europäische Telefonnummernraum. Der ist auch interessant. Guck mal, wie viel Stellen. Sicherzustellen, dass die Vorwahl 00, die 00, nur die Lizenz zum Töten behalten, nee, Standardvorwahl für die Auslandsverbindungen ist. Gestattet jedoch besondere Regelungen für Verbindungen zwischen benachbarten Orten im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen Mitgliedstaaten, über die die Endnutzer umfassend zu informieren sind. Ich habe den ersten Satz nicht gelesen, der geht aber über zwei Seiten. Aber TKG, ich finde schon, ist ein spannendes Thema. Unabdingbarkeit. Was interessiert denn dich so an Telekom? Wir könnten mal kurz erklären, was Telekommunikation ist. Das wäre zu einfach, ne? Oder? Naja, Kommunikation über weite Strecken hinweg ist Telekommunikation. Das steckt doch im Wort. Der Ex-Ande, beziehungsweise Ex-Postkontrolle der Telekommunikationsentgelte. Trommeln ist auch eine Telekommunikation. Die Indianer haben schon Telekommunikation. Ursprünglicher Rechtsrahmen, das wollen wir jetzt nicht wissen. Rauchzeichen auch, übrigens. Irland. Was, Irland? In Irland ist zur Umsetzung der EU-Richtlinien für die elektronische Kommunikation. Am 1.7.2011 sind zur Umsetzung fünf Verordnungen geändert worden. Die Framework Regulations, die Authorization Regulations, die Access Regulations, die Privacy Regulations und die Universal Service and Users Rights Regulations. Im folgenden Rahmenverordnung, Genehmigungsverordnung, Zugangsverordnung, Datenschutzverordnung und Universal Dienste und Nutzerrechteverordnung. Das TKG ist ein deutsches Besatz. Ja, aber da ist ja EU-Richt mit drin. Ja, jetzt erklär mal. Gute Übersetzung. Das heißt also Privacy Regulations, heißt Datenschutzverordnung. Ja, hätte ich noch gekonnt. Access Regulations, Zugangsverordnung. Authorization Regulations, Genehmigungsverordnung. Universal Service and Users Rights Regulations. Universaldienste und Endnutzerrechteverordnung. Gut. Griechenland, auch interessant. Zur Umsetzung des 2009 EU-Rechtsrahmens für die elektronische Kommunikation ist in Griechenland am 10.04.2012, wir erinnern uns. Haben wir da auch schon be-cutcastet? Koser Tag. Das Kommunikationsgesetz 4070-2012, erinnert mich an Rumänien, die haben auch ähnliche Nummern, in Kraft getreten, welches zuvor gültige Kommunikationsgesetz 3431 2006 aufhebt. Logisch. Nach sechs Jahren, die Griechen, wissen wir alle noch. Die Fernsehsignalübertragung wird weiterhin durch das in der Zwischenzeit mehrfach geänderte Mediengesetz 3592 2007 geregelt. Oje, IETT, das ist spannend. Slowakische Republik. Die Umsetzung des 2009 EU-Rechtsrahmens ist für elektronische Kommunikation erfolgt in der Slowakischen Republik durch die Annahme des neuen Kommunikationsgesetzes vom 14.09.2011. Fußnote 200, das alte hatte die 351.2111, nee, das ist das Neue. Diese basiert auf dem in der Zwischenzeit mehrfach geänderten am 01.01.2004 in Kraft getretenen Kommunikationsgesetzes vom 03.12.2003. Was jetzt interessant ist, nach zehn Seiten, wird jetzt nur noch in der Fußnote gesagt hier, was das alte Gesetz ist, also entweder Griechenland oder die Slowakei sind fair von Bedeutung oder da war der Autor schon mal im Urlaub. Wir hätten hier noch Litauen, Lettland, bringe ich immer durcheinander. Lettland und Litauen ist anstrengend für mich. Die Umsetzung des, wissen wir, Gesetz Kommunikation haben die auch noch mal. Litauen, Kommunikationsgesetz, Niederlande, Malta, Bildung, Schweden, Schweden. In Schweden ist doch alles, Rumänien, da kenne ich nicht. Zur Umsetzung des 2009 EU-Rechtsrahmens der elektronischen Kommunikation hat die Richtlinie am 27.12.2011 die Kommunikationsverordnung geändert. Rumänien hatte bereits 2002 begonnen, seinen Rechtsrahmen an den 2002 EU-Rechtsrahmen anzugleichen und hat hierzu die Kommunikationsverordnung 79.2002, die kenne ich, geändert durch das Kommunikationsgesetz 591.2002, ich behaupte immer, das kenne ich. Im folgenden Kommunikationsverordnung 79.2002, die Zugangsverordnung 34.2002, das Universaldienstgesetz 304.2003 und weitere Rechtsrahmen verabschiedet. Bei Irland haben sie die Originaltitel genommen, warum nicht bei Rumänien? Weil da keiner mehr nachvollziehen konnte, was da eigentlich… Weil das kann keiner aussprechen oder schmuten, hätten wir hier… Nee, lass mal gut sein, jetzt echt mal, mir platzt langsam mehr wie nur eine Ader im Kopf. Können wir nicht noch was Besseres hier? Wir wollten euch ja mal nerven. Wir haben, wir haben, wir nerven sowieso… Gerichtliche Überprüfung IP-Pittstrom, Urteil von 59.2005 des Verwaltungsgesetzes Köln in der Klage der Deutschen Telekom AG gegen die Regulierungsverfügung. Uns sterben die Hörer weg. Entstehungsgeschichte. Kriegen alle Hirnschlag. Jetzt mal ganz im Ernst, also wir haben 35 Minuten durchgehalten. Ihr nicht? Ihr wahrscheinlich nicht. Wissen wir, wir haben Kapitel… Nee, Kapitel machen mache ich hier nicht. Doch, auf alle Paragraphen mit Link. Weil dann wird dieser Beitrag erst in 100 Jahren erscheinen, weil das kann ich nicht mehr leisten. Dritte Auflage. Ach, das war ja deine dritte Auflage. Ich dachte schon, die SGVO dritte Auflage, das wäre heftig. Ja, wobei die schon… Aber die haben früh angefangen, das ist noch die erste Auflage, oder? Ich gucke mal nach, das wollen wir jetzt noch wissen. 2017, nee, das ist die erste Auflage. Wir haben hier eine erste Auflage, vielleicht ist die mal was wert. Die ist bestimmt mal was wert. Im Dezember 2016, Benedikt und Jürgen. Wenn am 25. Mai 2018 die Datenschutzgrundverordnung nach mehr als 20 Jahren die Datenschutzrichtlinie 9546 EG ablöst, wird sich das Gesicht des Datenschutzes in Europa grundlegend ändern. Das ist schon mal gut, das Vorwort. Und zwar konnte sich, was die Reichweite der Harmonisierung anbelangt, die Kommission, blablabla, mal gucken, ob die den Weltuntergang vorausgesagt haben. Veröffentlichte 20 Tage später, künftig europaweit zentrale Fragen. Für die Kommentierung konnten wir 15 Autorinnen und Autoren mit umfassender wissenschaftlicher und praktischer Expertise im Datenschutzrecht gewinnen. Aus den Datenschutzaufsichtsbehörden, der Rechtsanwaltschaft und der Wissenschaft. Aber du weißt schon, warum das mindestens 15 sein mussten, weil einer allein hätte sich umgebracht. Nee, das kannst du auch allein in der Zeit nicht schreiben, weil man merkt auch deswegen die Unterschiede. Wahrscheinlich haben die auch die Länder aufgeteilt. Ach, das war das andere. Aber nochmal, die Zeiten sind dreimal so dick wie in dem anderen Buch. Ja, das stimmt, das ist hier dreimal so dick, das muss ich auch länger halten, wenn es abgegriffen wird, weil TKG ist Spezialgesetz, das wird nicht so oft durchgeblättert, DSGVO ist Grundbasis, da wird viel öfter geblättert, da müssen die Blätter hier mehr aushalten. Eselsohr reinmachen. Mal gucken, was hat der Vorgänger hier notiert. F2.13, was soll jetzt diese Abkürzung sagen? Hier geht es um die Rechte der betroffenen Personen. Spannendes Thema. Und dann ist hier ein dicker Pfeil auf Einwilligung. Einwilligung, ganz wichtig. Keine Beeinträchtigung der Rechte und Freiheiten anderer Personen. Einwilligung. Haben wir hier auch ein Buchzeichen drin? Nee, guck mal da, Einwilligung hast du beim PKG auch. Ja, aber da haben wir da ein Buchzeichen drin. Hier ist ein Bändchen wie im Gesangbuch. Das war ich eben. Ach du, Verkehrsdaten. Wir rezitieren. Hatte ich doch. Paragraf 96 Verkehrsdaten. Ihr erinnert euch an Satz 1, der war. Der Diensteanbieter darf folgende Verkehrsdaten erheben, soweit dies für die in diesem Abschnitt gesamten genannten Zwecke erforderlich ist. Erstens, komm, mach hin. Was? Jürgen, zack. Quäle mich nicht so. Die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse oder der Endeinrichtung, personenbezogene Berechtigungskennungen bei Verwendung von Kundenkarten, auch die Kartennummer bei mobilen Anschlüssen, auch die Standortdaten. Standortdaten darf man verwenden. Die Standortdaten kommen zwei Paragrafen später nochmal genauer. Ja, und wir können jetzt auch die Kommentierung noch dazu vorlesen, aber du warst doch schon am Ende. Fugnisse anderer Behörden und der Länder. Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft und Verwaltungsbehörden. Großkunftsverpflichtung ist das. Jo. Falls die Leitung am neuen Wohnsitz nicht angeboten wird, räumt Satz 3 dem Verbraucher ein gesetzliches Sonderkündigungsrecht ein. Ja, das ist zum Beispiel wichtig. Das ist wichtig, man liest ab und zu in Heise, dass da sowas nicht funktioniert. Beruft euch an, Paragraf 46 TKG am Wiederwechsel und Umzug, alles genau geregelt und manche Providers sind dann im Recht. Von wegen, das läuft noch zwei Jahre und, aber meistens kommen die natürlich um die Ecke und behaupten, sie können das anbieten. Dann Copyright drauf aufgesetzt, das texten die noch. Nee. Es wird die SPN-Nummer genannt, also Quellen, Quellen wurden genannt, auch die Fußnoten. Ja, und wir sind ja praktisch Autoren. Alles nachzulesen unter EU-Lex-Schießmichtod oder Gesetze im Internet oder in die Wikipedia und da geht es weiter. Das Schöne ist natürlich, du hast mit Zeilennummern die Texte in der EU. Was wir nochmal beantragen müssen, ist tatsächlich mal so eine Ausbildung, so eine Schulung. Wie erkenne ich Hirnschläge? Weißt du, so, nee, so, ich hab da, nee, nee, ich hab da, ich hab da mal was gelesen. Es gibt fünf, es gibt fünf, es gibt fünf, es gibt fünf Merkmale, wenn eins oder mehrere von diesen Merkmalen zutrifft, ist es, ist es die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Hirnschlag hast, sehr hoch. Und zwar, das finde ich voll lustig, zum Beispiel ein Merkmal, denjenigen, der womöglich einen Hirnschlag hat, darum bitten, die Handflächen nach oben, mit den Handflächen nach oben, die Hände auszustrecken nach oben. Wenn er das nicht mehr kann, Hirnschlag. Kann ich noch. Gut, dass wir kein Video haben. Sein Gesichtsausdruck, zum Beispiel, ein Lächeln, und das muss dann symmetrisch über das gesamte Gesicht gehen. Also wenn nur eine Seite hochgeht und so, wahrscheinlich Hirnschlag. Dann war, das war das, dann war einfache Sätze, vollständige Sätze, also nicht so drei Wortsätze oder so, sondern ich lese gerade aus dem Telekommunikationsgesetz vor, das muss er nachsprechen, wenn er das nicht mehr hinkriegt, Hirnschlag. Ich lese gerade aus der EU-DSGVO vor. Zum Beispiel, wenn dann so eine Antwort kommt, würde man sagen, okay, der hat einen Schlag, aber kein Hirnschlag. Und es waren noch so zwei, drei andere Sachen. Fand ich ganz interessant. War da ein Sendungstitel dabei, bei dem wir uns notieren müssten? Wegen diesen Überschriften? Wir gucken dann nochmal, ich habe das bis zum Schneiden vergessen. Wir machen eine Lesung. Wir schneiden alles drauf. Wir machen eine Literaturlesung. Die lustigen Literaten. Die listigen Literaten. Das TKG, nee, TKG verlegt den Schutz des potenziellen Betroffenen bereits vor dem Zeitpunkt, in dem ein Verstoß gegen die Rechtsnamen nach Satz 1 stattgefunden hat. Wenn du so anfängst mit deiner Frau über sowas wie… Juristische Ausdrücke. Nee, so was weiß ich, so über den nächsten Ausflug. Ich bin jetzt nicht auf zu abwegige Sachen gekommen. Ja, aber wenn du so anfängst mit deiner Frau über so einen Scheiß zu diskutieren, dann ist es so weit. Wir können ja jetzt wieder Tests machen, ob die bisher herhören. Also ich hatte heute wieder auch so eine Diskussion. Ich habe ja nichts zu verbergen. Echt jetzt? Nee, ich sage das nicht, weil ich schon, ich habe ganz viel zu verbergen. Ich sage ja noch nicht mal deinen Namen. Ich möchte ja selber… Und du Jürgen ja auch nicht. Ich möchte ja von mir selbst nicht unbedingt alles wissen. Deswegen gucke ich auch nicht in den Spiegel. Ja. Das ist besser so, weil morgens in den Spiegel gucken schlechte ich nicht. Multiple Schizophrenie nennt man das. Deswegen hast du hier Multiple Vogel auf deinem T-Shirt. Ja, der Vogel hat drei Köpfe. Multi Bird. Multi Bird. Drei Köpfe. Das war ein Sänger aus New York. Die sehen nichts, hören nichts. Wie war die Oper in Frankfurt? Moment, langsam. Erstmal die drei, die drei köpfigen, der drei köpfige Rabe ist von einem Sänger aus New York, sagt er, während er Musik macht, malt. Sagenhaft. War echt eine tolle Bühnenshow. Ich kann mich mal Musik machen. Mein Auftritt in der Alten Oper war phänomenal. Geil. Ich habe an dich gedacht, weil ich habe dich in Freunde finden gesehen, habe ich gesagt, oh, jetzt ist der Jürgen in der Alten Oper und endlich am Ziel. Und ich habe dich bis hierher gehört. Echt jetzt? So hat man mich rausgehört. War gar nicht die Absicht. Nee, war schon ein Erlebnis, doch. Glaube ich. Das war, hatte ich auch genug gestresst. Also neben dem Gedöns, was ich gerade vorgelesen habe, auch noch in die Alte Oper gehen. Nicht als Zuhörer, sondern auf die Bühne. Ist das erhebend oder ist die tief? In der Alten Oper ist die nach oben. Also es ist kein Orchestergraben, sondern es ist eine normale Bühne. Kann man tief fallen. In Graben kann man tief fallen, aber in der Bühne. Nee, so ist die nicht. Aber war schon ein Erlebnis, ja. Absolut. Aber so schnell auch jetzt nicht mehr, weil viel Aufwand. Haben wir was vergessen? Ja, unsere Namen, aber das ist ja nicht so schlimm, weil die haben wir, glaube ich, mittlerweile auch vergessen. Tut uns leid, das ist alles nichts. Also bis zum nächsten Mal. Genau. Und mal sehen, hören und so weiter. Ihr wisst schon. Tschüss. Und jetzt kommt der Disclaimer. Schnitt. Schnitt. Dieses Angebot ist keine Rechtsberatung und vollständig subjektiv. Zu Risiken und Nebenwirkungen wesen Sie die Gesetzgebung und Fragen Ihren Datenschutzbeauftragten oder Rechtsanwalt. Tatsache. Oh Gott. Du bist als eine Letienne. Du bist als eine Let raceberatung und vorst trumpend. Vielen Dank.